YouTube green mein nächstes Post, ha 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 Okay So nämlich Ich wollte gerade zeigen, es ist Schicksal, aber Ist es nicht Sag mal, ich habe das Gefühl, egal was für ein Map-Offering wir picken Wir picken immer die schlimmste Map-Offering für die Alles ist schlimm für die Nurse Naja, aber es gibt halt Maps, auf denen kannst du besser spielen Als The Game oder Midwich Elementary gegen die Nurse Nurse, Nurse Nee, 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 du Da hab ich Ich bin hinten im Badezimmer, die hat Tarnautophobie Oh no Oh nein Die hat auch wahrscheinlich Nessus Calling Ja, müssen wir gucken Hauptsache du bist an dem Jen dran, oben oder so Unten Okay Funktioniert, ist das gut Später, bis sie runterkommen 100% Ist sie weg? Okay, ich hätte jetzt gedacht, die kommen jetzt zu mir runter direkt Oh, die hat Franklin's Demise, Mann Garan, gehe ich mal zu unserer Mate Okay, die kommt hoch Ich weiß, ich bin weg Gibt es jemand noch? Ja, von mir abgelassen Ich bin wieder im selben, ich bin wieder hinten im Badezimmer, falls du da hinkommen willst, kannst du das gerne machen Ich weiß ja nicht mal wo Ich zieh da jetzt mal ganz aus meinem Subox rein, bevor die wieder weg geht Ich hatte doch irgendein Wo hatte ich denn das Mindchen? Keine Ahnung, ich bin an dem anderen Also, solange der nicht unten ist, ist alles gut Doch, der ist unten Ja, können wir das aber nicht machen, wir können nicht drei Jens unten machen Wir machen doch keine drei Jens unten, du bist doch gerade an dem Jen nicht Ja Das war deiner, ne? Oder? Naja, alles gut Naja, ist bei mir, der... Ach, du bist angehebt Ist die bei dir? Nein Wir heilen uns hier gerade Okay Noch eine sichere Hi Kommt Kommt doch, oder? Nicht? Okay Doch, die kommt Nein, die kommt nicht Ich bin verwirrt Achso, keine Ahnung Unser Jen ist jetzt gleich fertig, jetzt aber oben was machen Jetzt geht's nämlich Fuck, jetzt, äh Die ist oben, wa? Ja Korrekt Ich schau mal, dass ich dann irgendwo hier einen Jen machen kann Und auch mal einen Totem finde Im Badezimmer hinten ist eins Ja, ich weiß Ich kenn das Totem, das ist schon mal gut zu wissen Die ist hier Oder? Ich weiß nie, unten oben Das ist richtig scheiße, ja Wir müssen halt oben jetzt unbedingt einen Jen machen Ich bin auch gerade oben an einem Jen dran Aber die ist jetzt bei mir Alles gut, ich bin jetzt oben an einem Jen dran Das ist kein Stress, das macht Ah fuck, okay, Moshi ist oben gestorben Hier kannst du knicken, ich konnte sie nicht blenden, leider Scheiße Ist die an deinem Arsch? Nee, nee, nee Keine Ahnung, wo die genau ist Ich hör sie nur, aber Oh fuck Oh fuck Der Jen da ist pretty far Oh no Sie kickt den Jen Ich weiß halt nicht, ob sie Pop hat, oder Weiß ich auch nicht Ist sie bei dir? Weil dann würde ich an den Jen dran gehen, dass der nicht request Boah, ja, easy Komm Komm doch hier an den Jen dran, derweite Ja, ich weiß, wo du halt bist Obwohl, komm, heil dich halt Wenn du die jetzt ein bisschen hinhalten könntest Ich bin bei 80% Ja, 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 ich versuch 90 95 Mach mal, krieg's mit euch, alles gut Die kommt aber, glaub ich, ne? Nee, nee, nee Okay, nice Und ich glaub, die Nier ist auch irgendwie No way Oh my lord Bist du oben noch? Nee, nee Ich bin unten Ist doch noch ein Schnau Komm mal, ich komm grad mal hoch If du das Verrückt hast Okay Äh, ja Der Jen läuft schon Ich hab halt keine Ahnung, wo Ich hab mir vorgestellt, dass er gleich von mir ablässt, weil er mich nicht kriegt Hat er die Palette gebrochen Okay, nice Ich weiß halt nicht, wo Ich bin unten Ich bin jetzt von dir weggegangen Oh, scheiße Ich bin der einzige, der grad verletzt ist Ich bin jetzt hier noch an dem Jen dran hinten Ähm, ja Ich mach den jetzt einfach, weil Wir mal irgendwo was anfangen müssen Hi, m'lady Das war ja klar, dass er das nimmt Der jetzt aber nicht so weiter will Das werden halt dein First Hooks Ja, ich weiß Bei mir auch so Okay, 360 Wäre halt nur vielleicht sehr wichtig, dass wir jetzt keine Tanner mehr Stacks mehr kriegen Weil zwei Stacks sind schon, boah Oh, die blöde Kuh, alter Die hat das Pöck, wo direkt ein Ding explodiert Äh, die Palette Ne, keine Ahnung Äh, Spirf, ich weiß nicht, was heißt Keine Ahnung, ich hasse es, glaube ich, von Spirit Wo die Palette direkt explodiert Na, Spirit Spirit? Ich bin jedenfalls an einem Jen dran Der jetzt bei Ja, bei Adrenalin Hier kommt zu dir, glaube ich Ja, genau Die andere ist auch an dem Jen Nooo Sorry Okay, beide sind weg vom Jen Ich weiß nicht, ob du mich jetzt holen solltest Oh, das ist Okay White und ich machen dir gerade ein bisschen was ab Okay Komm, der an sie ran Die hat gerade den maximalen Ding Die kann jetzt nur zu euch Ja Ich glaube, sie ihn da sieht What the fuck Sorry, Bro Okay Komm her Keine Bore Time Kommt alle in unsere Richtung Das kann nicht sein Das ist lächerlich Also, ihr könnt doch Ich weiß doch, wo die Heiko Na gut, wir müssen in eine Richtung gehen Wenn die auf der einen die Richtung ist Können wir in eine eine gehen Dann müsst ihr eigentlich da schon weggehen Wenn sie mich da holt Die tut mich jetzt nicht tunneln, oder? Hä, chill doch mal Die hat mich gerade auf dem Arm Achso Lacht schon Habs nicht gesehen Ich kann mich Oh, die ist wohl die Die hat Camper Routine Das ist eine Behinderte Das Ding ist dran Die haben jetzt halt Alle Tannen Komm her, komm her Komm her Komm hier hinter Komm richtig hinter Komm richtig hinter Halt dich zuerst Weil ich 10% habe Und danach hier unten drunter Ist irgendwo ein Gen Bei einem Aufgang Weiter schon, oder? Jaja, bei 60% Also, wenn ihr den nicht geklickt habt Okay Ja Sorry Oh Okay, der ist raus Ja Ich hoffe halt, dass die andere Hat noch kein Hook läuft Der war es nicht Ist jedenfalls bei einem Aufgang Ah Okay Glaube ich Da hinten, ja Okay Ich weiß nicht, wo Was ist denn das Für diesen ersten Checks, Alter? Ich glaube, das ist irgendein Perk auch Aber jetzt weiß Die wird jetzt kommen Wahrscheinlich Obwohl Doch Kommt Okay Sie war verwirrt Wo ist die andere eigentlich? Ich glaube Die ist auch an einem Gen irgendwo Ja, besser wär's auch Ich weiß nur nicht, wo Ich schau grad mal Wir haben oben auch nur einen Gen, ne? Ne, die rennt da rum Oder? Hä? Digga, die macht gar nichts Die versteckt sich die ganze Zeit nur hinter einer Palette Die checkt die ganze Zeit nur diesen einen Gen Also hast du gehört? Die Nier hat nichts gemacht Die war die ganze Zeit an einem Ausgangstor hinter einer Palette Und hat sich geduckt Wenn die einfach mitmachen würde, ja Wir wären schon längst fertig Hier unten ist noch ein Gen Der muss halt wieder anfangen von vorne Und die ist direkt bei mir Na Ihr müsst halt zu den Gender Gain Ja, wir sind an einem Gen ist dran Wir sind an einem anderen Der ist bei 50% Ich hör's halt jetzt schon näher auf Das geht relativ schnell Der hat nicht lange genug geblinkt Hast du Adrenalin? Nein Wow Was mach ich? Okay, alles gut, alles gut Ich bin Second Hope Geht einfach zu einem Ausgangstor Und dann könnt ihr mich noch holen Das ist gar kein Stress Wenn die es Snowed hat Dann sind wir halt voll weg Jetzt müsste das Tor sein bei dir Ich glaube, die lässt mich frei wriggeln Ja, die lässt mich frei wriggeln Nice Bestimmt, bestimmt, weil sie so ein bisschen Appliate, dass ich sie so lange gehöre Oder weil die mich Weißt du, wo wir waren? An dem Gen direkt Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wo wir waren Die lässt mich, die lässt mich gehen Bestimmt, weil sie appliate, dass ich sie so lange Gerannt habe Ja, da Ja Nice Okay, Speed Wie halten dich noch? Ja, wie hat mich noch? Komm, Abwad Nein, einfach komm Hört sie nochmal mit Ja Bruder, das ist ein Brotem Wusste, deine Audenspots, wusste ich nicht Wo? Ach da, lol Ich dachte nie, dass bei Ausgangstoren so nahe sein kann Okay Nice, Speed Hey, let's go Oh yeah War aber eine gute Runde für das, was war War aber nicht so eine gute Nurse Muss man sagen True True Aber ich habe so für 120 Sekunden hier durch ein paar Kugeljagd Nice, zwei Pips Silber drei, so nehme ich Ja, Franklin's hat sich sonst Gespenstes Ja, das ist das, ähm, das, äh, ja, hier Bin ich ja sehr gespannt, wie der Folian wird Nach dem großartigen Saw Folian Da ist sie Ach ja, stimmt Du hast nochmal das Game genommen Ach, und Nöss, Digga Es ist Ist das jetzt gerade so ein Replay von der alten Runde? Was ist denn los mit denen? Bro, verpisst dich Alter, Leute Die verschwenden gerade unsere kompletten Ist halt dein, äh, ob, äh, deine Opfer gewesen, alles cool Lass mich doch da hinten hin jetzt Sag mal, der lässt mich nicht hoch, ne? Der ist ein Gerl nicht hoch, geht doch woanders hin Ne, ich will ja jetzt hoch, Digga Digga, du brennst grad Zeit Die hat schon Rune Was machst du? Ja, ich guck grad Ich mach grad Eyeball grad mit dem Killer Der ist übrigens ziemlich gut Ne, der hat sich gehittert Das heißt jetzt nix Ah, ja, ne, alles gut Kein Stress Sag ihr Hab ich überhaupt irgendwas mitgenommen? Ne Nicht meine Taschenlampe Ich kann nicht mal toxisch sein Mann Was ist denn da los? Hi Hallo Wer bist du? Mac Mac, hast du ne, äh Taschenlampe dabei? Ne Ne, hast du nicht Komm, wir ziehen die jetzt mal durch Ja Ja, hi, du ID Boy Äh, ja Muss ich mir eigentlich die Memos anhören Die du mir für ihn geschickt hast? Ne Obwohl kannst du, die erste kannst du dir anhalten Obwohl kannst du dir weiter anhören Das ist halt nur die Frage, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass du in 30 Sekunden mich auch einfach nur fragen könntest, ob ich heute Abend da bin Nee, hab ich nicht gefragt Okay, die kannst du ein bisschen besser als die andere Ja, um einiges Ja, um einiges Ja, ja, du mich auch Ja, ja, du mich auch Sag mal, hackts Ist irgendwer bei dir? Das wäre ganz cool, weil ich mache hier hinten einen Gen Du bist der einzige am Gen, der eine rennt rum, der andere auch Ich glaube, weil jemand kommt zu mir Okay Der eine hat aber eben gerade den Gen gefinisht Also bei ihm ist es so ein bisschen Okay Das Ding ist, wir haben halt am Anfang ungefähr 30 Sekunden verspendet Ich will mich heilen Danke, man Ich bin ja richtig Äh, freshe Haarfarbe Kann ja auch so ein So eine Frisur verpassen Ich mach da Die hat jedenfalls kein Tanatophobia dabei Was schon mal relativ cool ist Tanatophobia Okay Oh, die ist direkt in meine Ecke gestorben Ja, um round me gestorben Nervt mich auch so ein bisschen gratis Ach man, das ist halt Komm jetzt Okay Okay, die geht zu dir Ja, die ist direkt da Und hittet nicht so Nicht, nice Hast du gut gemacht Ich hab noch gerettet Du kriegst jetzt einen Hit, oder? Ja Ja, äh Aber das Gute ist, wir kriegen dadurch einen Gen jetzt Ja Ich probier direkt zu einem weiteren Gen zu gehen Aber bitte unten Wir müssen unten Ja, ja, ich bin unten Ich bin hier ein Fender hier Hier sind keine Ah, hier sind keine Paletten Ja, ist jetzt mal ein Second Hook Was für mich halt natürlich richtig scheiße ist Ja, klar Ist für jeden scheiße Einer ist wieder oben an einem Gen Wir müssen unbedingt unten Gen machen Zwei sind an einem Gen Aber du bist da jetzt auch noch Ne, ich bin ja kein Gen Alles gut, nice Ein Gen ist fertig Unten war der, ne? Ja Ja, ja, das war der Dwight Ich bin gerade an einem Totem Achso Ist gleich weg Die will es eh hoffen Ab Kommt der Dwight zu dir? Nein, 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 nein Kommt keiner zu dir? Nein Oh fuck Also Dwight, ich kann Dwight, ich kann dich jetzt nicht holen Es ist halt dumm, wenn du jetzt auch Holy Crap Hi Der Dwight versteckt sich Ganz schlecht, ganz schön Und wenn du traden musst Musst du halt Bitte, frisst Borrow Time Oh Oder frisst gar nichts Auch gut Ich hab heute schon, dass ich mich rauskundelt Okay, tut sie nicht, okay Ja, hat sie Das Ding ist dran Ich will halt gehealt werden Bevor ich jetzt meine Decisive Wegwerfen Nein, jetzt hab ich die Palette unnötig gedroppt Genenurse ist scheißegal, immer ehrlich Ja, das war halt Ja, aber es ist Verfolgt die dich noch? Wenn ich glaub Oh shit Was macht die da? Was? Ach was Hä? Warum war die denn da jetzt plötzlich? Ach come on Da war irgendjemand bei mir auch angehechtet Ich war's Ich war's Ich war's Ich hab eben grad überlegt Ob ich Da irgendwie da hingehen soll Und Mit Decisive Aber Ich hab's dann halt schnell gelassen Weil ich ziemlich sicher war Dass es nicht Die lässt Die lässt mich auch liegen Ich glaub Weil sie denkt Oh, ich weiß gar nicht warum Obwohl das holst du mich Also was ich sagen wollte Ist Ich wäre da gewesen Hätte mich geopfert Für dich Aber die hat mich nicht aufgerogen Bin ich Fast der festen Überzeugung Dass es nicht passiert wäre Oh no Weißt du was ich den Stretch machen muss Um dich zu holen Keine Ahnung Die lässt Iden aber auch erstmal noch liegen Ich weiß halt nicht wieso Ich geh jetzt erstmal weg Ich kann in den Schrank rein Okay Du machst das Und ich geh hoch Und gucke dass ich den da aufhebe Weil ich glaub Das sieht die auch nicht Wenn sie Ding hat Das ist Carling Hoffe ich zumindest Aber eigentlich schon Weil ich heil mich ja nicht Lauf mir doch nicht so nach Ist gut Ist gut Komm Hier ist halt ein Jen Oben Ne Hier hinten Den der Drive Gerade einfach Abandoned hat Ja Scheiße Die ist hier irgendwo Sag mir bitte Dass du an Jen bist Ich geh Ne ne Ich bin auch bei ihr Beim Anhock Nein Komm Lass dich schnell durchleiten Du kommst jetzt mit mir mit Kevin Bitte hol sie Die hat Borrowtime Ja Oh shit Das war so klar Ich dachte du gehst hoch Deswegen will ich dann nicht mitgehen Ja ne Weil dann Die geht zu dir Weil sie halt weiß Dass sie mich jetzt raus Tunneln muss Aber das heißt Okay die Leute Du bist auch second hook Okay Ja Okay Die hat sich hier in Blink Gesaved Für Okay Hab ich nicht gekommen Sehen Geh weg Geh weg Geh weg Ja warte Na ja alles gut Ach fuck du bist ja ganz weg Fuck ich hab Boah stimmt Ich bin jetzt voll verpeilt Alles gut Scheiße ich muss mich irgendwie Hier Heal Ist ja ne Medikit drin Das wär jetzt ehrenhaft Die wird mich sehen wenn ich mich selbst will Das ist das Problem Komm Medikit No Okay Keine Ahnung wo noch Chans sind Ist irgendjemand an einem Chans Äh warte Check ich Nein Äh Kill Äh Kill Zero Ist In nem Schrank Wo Kann ich dir nicht gar nicht Ich seh nur den Schrank Der ist jedenfalls afk in nem Schrank Dann müsst ihr das gleich sehen Boah Bro das ist so lächerlich Ja ich seh es Jetzt kommt er raus So dumm einfach nur Vor allem werden wir auch nur noch Einen gen machen müssen Weißt was ich meine so Naja Ich seh es fernseh Aber aber auch aber Ich seh es fernseh ja Ich dachte gerade sie wollte mitschauen Ich seh es fernseh ja nicht bestellen Das wäre irgendwie ein bisschen gewiss Ja Im Regelfall solltest du vielleicht mal beim letzten nicht wiggeln Ja Wenn du nicht wiggelst dass die dich halt escape Dass die halt die Hedge suchen Wenn ist egal Ja wenn ist auch egal Aber beim letzten halt wirklich mal ist es nie Ach je Zwar eigentlich keine schlechte Runde Aber irgendjemand Gar keine schlechte Runde Nein Dieser Kill Kill Zero Mann Ehrlich Das fällt ihm ein Wie viele Punkte hab ich Hab ich Ihr müsst meine Chins Hab ich Meine Chins Jawoll Easy Na meine Mates haben mal wieder nichts gemacht Döcks Oh Hacker Warum Hacker Also folgendes Ja mal ganz kurz Achso Oh das ist ein Anfänger